So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke und am Samstag war der letzte Community Day mit Milza, wo eigentlich jeder hätte ausrasten müssen, aber die Leute irgendwie trotzdem keinen Bock hatten. So ist auf jeden Fall mein Gefühl, wurde jetzt gerade der nächste Sea Day für den Juli angekündigt in der Classic Variante. Und Classic heißt, das ist so ein Sea Day wie früher, da gibt es halt nicht so viel Boni wie jetzt in den normalen mittlerweile. Hä? Das klingt eigentlich total blöd, so back to the roots. Aber Classic heißt, es ist ein Sea Day, der schon mal einen Sea Day hatte, also ein Pokémon, was schon mal einen Sea Day hatte und dann eben nochmal wiederkommt für die, die das vielleicht verpasst haben. Jetzt ist es auch ausgerechnet Shiggy und es ist ein Starter und das war, ja, wahrscheinlich wieder für viele Leute uninteressant. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich den überhaupt spiele oder nicht. Ich freue mich dann auf, na gut, wenn Quapsel kommt oder so. Das ist ja irgendwie auch nichts. Was sind jetzt aber die Infos? Hier wollen wir ja trotzdem mal sagen, Community Day Classic im Juli 23, Shiggy. Freut ihr euch da? Springt ihr das Herz höher oder nicht? Am Sonntag, den 9. Juli, 14 bis 17 Uhr. Sonntag. Da hatte ich ja letztens auch gefragt, ob das besser ist, Samstag oder Sonntag, aber, ja, das ist ja sowieso immer komisch. Jetzt ist er am Sonntag also wieder, nachdem der letzte Samstag war. Der Community Day Classic kehrt im Juli zurück. Bei diesem Event dreht sich ja alles um Shiggy, das Minigröden-Pokémon. Und zum siebten Jubiläum von Pokémon GO gibt es kein besseres Pokémon als Shiggy, das Pokémon Nummer 7. Damals war es ja auch so, dass Shiggy nicht nur als Shiggy kam, sondern auch als Shiggy mit Sonnenbrille. Und die Shiggy mit Sonnenbrille konnte man aus den Aufgaben der Pokestops bekommen, während man die normalen Shiggy eben wild bekommen hat als Shinies. Und die Sonnenbrillen-Shinies gab es nur aus Pokestop-Aufgaben. Das noch Besondere daran war eben, dass wenn man an einem Stopp ein Shiny Shiggy aus einer Quest bekommen hat, mit der Aufgabe von diesem Stopp war das Shiggy für alle, die sich diese Aufgabe an diesem Stopp geholt haben, auch Shiny. Wild ist es ja anders, dass man halt jetzt das antippt. Das ist bei dem einen Shiny, bei dem anderen nicht. Bei den Stops war es wirklich so, dass an dieser Aufgabe, in diesem Stopp, das Shiny fest verankert war. So habe ich ein 100% Shiny-Sonnenbrillen-Turtalk mir geangelt damals, was ich auch zur Mega-Entwicklung gemacht habe. Gibt es jetzt hier auch wieder Sonnenbrillen? Sieht erstmal gerade nicht so aus. Turtalk bekommt wieder die exklusive Attacke Aqua-Haubitze. Ist also auch, wie damals, ist jetzt nichts Neues. Feldforschungen, da steht es doch. Es gibt Feldforschungsaufgaben rund um Shiggy. Fangt Shiggy, um Shiggy mit Sonnenbrille zu begegnen. Shiggy mit Sonnenbrille. Habt ihr schon einen Shiggy mit Sonnenbrille? Sonst könnte man sagen, braucht man den C-Day nicht, weil Shiggy ja als Shiny im Spiel ist und bei diversen Events ja auch trotzdem wieder auftritt. Kann man Bonbons machen, alles hin und her. Aber für die, die noch keinen Sonnenbrillen Shiggy haben, bietet dieser C-Day ja dann doch irgendwie wieder was Besonderes. Es wird wieder eine Spezialforschung geben für 1 Euro, 1 Dollar, wie auch immer. Würde ich sagen, hol die euch, verschenke die euch, wie auch immer. Und die Event-Boni, die halt sehr mickrig sind, von den normalen Corona-C-Days wissen wir ja jetzt. Da packen die wirklich alles rein. Aber die Classics hatten immer nur eine Attacke. Dann das mit den Lockmodulen. Und dann irgendwas mit entweder Brüt-Distanz oder Staub oder Erfahrungspunkte. Hier sehe ich schon wieder den Bonus der Ei-Brut-Maschinen. Eier, die während des Events in eine Ei-Brut-Maschine gelegt werden, schlüpfen viermal so schnell. Und das ist der Bonus, den es gibt. Natürlich halten die Lockmodule wieder drei Stunden, der Rauch hält auch wieder drei Stunden und es gibt Schnappschüsse. Aber das ist ja bei jedem C-Day so. Also, nix mit extra Staub, nix mit extra EP. Es ist ein Classic C-Day und deswegen ist die News auch schon zu Ende, denn das war alles. Freut ihr euch auf Shiggy? Braucht ihr noch ein gutes Shiggy? Habt ihr schon den 100er Shiggy? Wie sieht es sonst aus? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr Bock oder nicht? Ich brauche den eigentlich nicht. Wenn es passt, es ist halt ein Sonntag, würde ich trotzdem versuchen, mit Pupsi wieder eine Stunde zu spielen, um zu gucken, wer kriegt das erste Shiny, wer kriegt das letzte Shiny, wer kriegt die meisten Shinies. Und ja, ansonsten, Peace out Vorhaut, euer Ramses.